Willkommen zu der zweiten Ausgabe der Böttou Sommerserie. Ich bin hier im schönen Willisauer Quartier Oberdorf Rhein und bin jetzt gerade herausgefordert, ich muss nämlich eine Challenge machen. Meine Challenge besteht darin, mit jemandem anderen, mit jemandem Jungen vom Quartier gegen zwei Ältere vom Quartier ein Aperon anzurichten mit Zutaten, die bereit liegen. Und jetzt schauen wir mal, was hier auf dem Tisch liegt. Ihr macht jetzt ein schönes Aperon für uns. Die Zutaten sind alle auf dem Tisch. Wir entscheiden nachher, was schön ist und wer gewinnt. Wir haben hier eine kleine Zutat ausgelesen. Das gibt einen extra Punkt, einen Bonuspunkt. Das kann aber alles sein, nichts beziehungsweise. Und dann haben wir eine halbe Stunde Zeit. Dann nehme ich den Autoförer, zählen ab, Ihr Team, parat? Los! Ah! Was gibt das? Ah, also das, oder? Ja! Das ist das, das. Das. Ah ok, dann kommen wir uns. Ah! Ich versuche so ein Aperu-Rolle zu machen, wo ich den Lachs rein tue und wo ich dann vielleicht auch noch ein bisschen Rauchbröcke rein tue. Ich nehme die Cracker und tue jetzt hier die Tomaten drauf und dann noch ein bisschen Pfeffer drauf und dann ist es perfekt frisch. Was schafft ihr gerade? Fehl an mich. Wir haben hier die Soße gemacht, dann schneiden wir noch ein bisschen Knüsse und mit Avocada. Keine Ahnung, was? Ein Müsse, den wir dann durchschneiden. Ja, genau. So die hier vorne, das ist so. So. Also ich habe das jetzt in meinem Zimmer. Oh, es ist hier rausgelaufen. Kannst du einfach so genau für das Blitz stellen? Ja, ja. Ja, ja. So. Ist es gut? Super. Schau mal so ein draufstecken und Farbe, ja. Ja. Und was herinst du. Ich weiche mir aber noch etwas, das wir einbitten können, oder? Das wäre vielleicht noch kurze. 10 Sekunden. 5,4,3,2,1 Jetzt geht es darum, dass wir das noch fertig anrichtet und dann schon etwas nervös vor der Bewertung. 1,2 Wir haben links und rechts. Das ist natürlich sehr schön angeordnet. Das ist natürlich viel mehr. Wobei das sind zwei verschiedene Soßen. Wir haben eine Soße. Eigentlich hatten wir unentscheidend von den Punkten her. Im Schwingen 1 A und 1 B. Genau. Aber der Bonuspunkt, der Knobli, der ist in dem hin. Ja, das müssen wir sagen. Die linkseite. Hey! Und das ist jetzt was? Wer ist das? Weiss es nicht. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Peter und... Das ist... Das ist...